Weg 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 Hey Medikett... Was? Du hast uns das angetan, angetan! Ich habe nichts getan! Aber wenn er meint... Jetzt einfach wieder einen langen Gang Dann nehme ich erstmal Medikett So Dann warten wir uns die Drogen nachlassen hier Und dann gehen wir weiter Aber wir dümpeln uns weiter, ich weiß auch nicht Jetzt ist hier alles ruhig Da sind Leute Was? Hätte ich den vielleicht zulauschen sollen? Ich weiß ja auch nicht Hier ist ein Geheimgang hinterm Bücherregal Hier ist eine Tür Die ist zu Dann müssen wir wohl hier durch In... Die Batcave oder so Ah... Ende des Levels Kapitel 9 Überlebt! Dann speichern wir natürlich Also... Waren jetzt die Kinder da... Amruvik Oder Rupin Und äh... Seine Freundin Oder wie? Oder was? Oder hä? Keine Ahnung Keine Ahnung Wir werden es erfahren Gut Nächstes Kapitel Kapitel 10 Die Werkzeuge des Meisters Was? Wer ist jetzt der Meister? Warum hat er Werkzeuge? Ich hab keine Ahnung Ahnung gut Die Geräusche gefallen mir auf jeden Fall schonmal Schonmal gut Wie viele hast du getötet, Oben? Oben? Mein Vater war Ruvik? Das würde das äh... Erklären, was ich gesagt habe Meine Forschungen vorangebracht haben Das war nicht bloß Forschung Das, was diesen Menschen zugefügt wurde Diese Fall... Dieses Ungeziefer Diese Mikroben Sie sind mein Und ich verfüge über sie Mit allem hast du recht Es war nicht bloß Forschung Ich bin der Perfektion Das ist abscheulich Das ist mein Wille Dann sind die Bandagen, die er trägt Wahrscheinlich noch Überbleibsel Oder sowas von seinen Verbrennungen Oder aber er will seine Verbrennung nicht der ganzen Welt zeigen Was haben wir hier? Notiz aus Keller im Anwesen Mir wurde... Nein, mir wurden meine Kinder genommen War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn Es war das Feuer Es hat alles zerstört Er hat alles fortgerissen Die Kinder haben sich verändert Und Ernesto auch Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern Sie beschützen Aber jetzt sagt er, sie sind weg Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren Ich höre immer noch die Stimme von meinen süßen Jungen Sein Lachen Und immer aus dem Keller Das kann nicht sein Eine Mutter braucht ihre Kinder Ja, dann gehen wir in den Keller Hier einmal aufmachen Und dann haben wir hier Ein Chromophon Und einen Spiegel Aber sonst nichts Sind die jetzt keine Segen, ne? Doch, das sind Segen Keine Zahnräder Gut Gehen wir mal zur Sexy Krankenschwester Vielleicht gibt es da auch wieder einen Abschnitt Zeige ich doch Mein Kopf Zudem haben wir doch einen Schlüssel eingesammelt Dann können wir doch mal gucken Wer ist der Typ nebenan? Ich weiß es nicht Welche Tür ist das denn? Diese ist es Hallo Haben Sie eine Ahnung Warum diese Welt so ist Wie sie ist? Weil Menschen scheiße sind Wer sind sie? Es ist Hass Hass Rufix Hass Sein Hass verzehrt ihn Er will heraus Er strebt nach Rache Er will was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat Nicht dass er es tatsächlich bekommen könnte Nicht dass er es tatsächlich bekommen könnte Diese Welt existiert so lange wie er es tut Haben Sie gerade etwas gehört? Sexy Krankenschwester Ja aber Ich kann das durchaus nachvollziehen Dass er halt von Hass getrieben ist und Rache will und alles Nach dem was wir jetzt so gesehen haben Und noch dazu dass er seine Forschung da nicht weitermachen konnte oder durfte Und damit vielleicht irgendwie was Neues erlebt hätte Was er sich gewünscht hat Und ich weiß auch nicht Weil damit andere Menschen nachempfinden können was er durchgemacht hat Doch Ich kann ihn durchaus nachvollziehen Er und ich wären bestimmt tolle Freunde Ohne Spaß Gut Ja aus mir wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwann so ein wahnsinniger Psychopath oder so Mal gucken Wer weiß So Jetzt waren wir hier und jetzt konnten wir hier lang Haben wir denn jetzt hier auch irgendwas schönes was wir machen können? Vielleicht Hallo Oh wieder 100.000 Grad Seile hier Oder zumindest ein Einen von 100.000 Durch den krabbeln wir jetzt einfach mal durch Haben wir hier Wow Was? Was hat da jetzt so ein Geräusch gemacht? Warum ist er dann so instant aufgestanden? Keine Ahnung Oh, da ist noch so ein Dingens Wir waren jetzt gar nicht beim Dingens, beim Schließfach und sowas Äh, da liegt Schrot-Munition Da kann ich mal ganz kurz Das Ding nachladen Dann können wir da auch ein bisschen was mitnehmen Gehirnwasser lag hier auch rum Hier liegt auch nochmal ein bisschen was rum Nehmen wir auch alles mit Gut Läuft doch so langsam Hm Außer dass die Pistole immer wieder leer ist Wir kriechen uns jetzt hier durch Alle Ratten und allem vorbei Da liegt wieder Gehirnwasser Holen wir uns Nehmen wir kurz die Tür aufmachen Ok, da ist nur ein Irrer drin Der ordentlich am kotzen ist Sorry, ich wollte nicht beim Kotzen stören Ich meine, wer will schon beim Kotzen gestört werden? Oder wer will jemanden beim Kotzen stören? Kontrollpunkt, das heißt, hier kann ich mal kurz Hey Komm mal her Ah, ok, ok Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pfff, das ist Wahnsinn Ich hab mir jetzt so gedacht, ne Dann kann er mal in die Falle rein rennen Aber es war ja nur ein Ein, ein, ein Dingens Zum, äh, Alarm auslösen Es ist natürlich nicht das, was ich wollte Wow 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 Guckuck Haha Voll die Flasche gekriegt Äh, die ist leer Nehmen wir den Tee So Gut Uns beobachtet irgendwo ein Scharfschützer Wie viel Schuss passen ins Magazin? Eins Dann kann ich hier noch eine mitnehmen Da ist halt jetzt die Frage Wo beobachtet uns da jemand? Ich hab keine Ahnung Was ist da für komische Musik, die hier läuft? Wo ist da einer, der da schießt? Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nur durch die Sch- Ah, da Warte So Ist der erledigt Dann können wir den anderen Schuss auch mitnehmen Wir haben irgendwo wieder einen Suchenden hier Okay, und da haben wir so eine Riesen-Klinge Das Möchtegern-Karussell hier Gut Aber ich denke nicht, dass wir auf diesem Weg jetzt weiterkommen Deswegen gehen wir mal hier hin Da war doch glaube ich auch ein Durchgang, ne? Genau Immer schön geduckt Weil sonst sind wir mindestens einen Kopf kürzer Aber hier ist kein Durchgang Können wir uns rüber ächten Und hier gucken, warte So, wow, wow Was war denn da? Ich hab's nicht gesehen Ich habe es nicht gesehen Nur gut Also nicht gleich hier Akku holen Obwohl, es war jetzt auch nicht so schlimm Jetzt hier die Summe ist jetzt hier zu erledigen Es geht ja mehr darum Nicht von den anderen Sachen erwischt zu werden Warte Warte So So Sammeln wir das ein Sammeln wir hier was ein Dann gehen wir mal weiter Dann holen wir uns wieder den Scharfschützen von da drüben Zünden sie hier mal an Wechseln wir auf das Scharfschützengewehr Und dann Warten wir bis er geschossen hat und erschießen ihn Komm raus Ich weiß, was er da ist Hab ich ihn jetzt erwischt? Sieht so aus Gut Wenn wir das jetzt haben Können wir wieder wechseln Nachladen Und ab In den Tod Dann können wir auch hier rüber springen Ah, da war hier so ein Drahtdingens Okay Hey Haha Das Drahtdingens hatte ich natürlich nicht gesehen Beim rüber springen soll ich direkt da auf Lande Und wir hätten auch damit rechnen können Das ist wieder so ein Drahtdingens Da drüben jedoch nicht Aber hier liegt einmal Gehirnwasser, das ist ganz gut Da hinten ist eine Tür Die ich nicht öffnen kann Oder doch, oder nein, oder vielleicht Da hinten ist nochmal Gehirnwasser Müsste ich aber erstmal die Falle hier entschärfen Und dann Und dann ich brauche ein